... dass wir warten sollen. Er hat gesagt Samstag. Scheint mir jedenfalls. Ist er los? Na er, der Ingen. Er sagte genug. Eins, zwei. Aufgrund der sich aus den letzten öffentlichen Arbeiten von Provençon und Wattmann ergebenden Existenz eines persönlichen Gottes Qua, 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 Qua Tustela dans un mouvement vivant Gestern Abend war er schwarz und kahl gerippet und heute ist er voller Blätter. Blätter? In einer einzigen Nacht. Ja, das wird der Frühling sein. Aber in einer einzigen Nacht. Ich sage dir doch, dass wir gestern nicht da waren. Das ist schon wieder so ein Albtraum von dir. Aha. Und wo... Ich sage dir doch, dass wir gestern nicht da waren.